Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber Fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber Fair. Schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Vielen Dank. Eine Frage. Eine Frage. Ist man ein gefühlskalter Egoist, wenn man sagt, ich brauche eine Pause vom Krieg. Ich will nicht mehr ständig davon hören und daran sprechen.